Mein Gott, dann schaffen wir dich doch einfach nochmal und machen mal das Licht aus. Es ist ein bisschen uncool, dass das Zeug da so langsam runterläuft nur. Guck mal, da unten ist Licht. Hä? Warum? Oh nein. Muss ich dich da unten einsperren? Oh lolololol. So, das... Ja, es ist ganz unten gelandet. Wunderschön, jetzt muss ich noch schnell genug ein... Fluro machen! Fluro! Ah, ich hoffe, das leuchtet lang genug. Nein. Ah, oh great. Ah, ich muss dich da unten einsperren. Einsperren! So. Nein. Ah, du darfst nicht... Verdammt, 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 es ist dunkel, du gehst kaputt. Nein, 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 nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen, hab keine Angst, hab keine Angst, ich mach dir Licht. Oh, oh mein Gott, lebt es noch? Es lebt sogar noch. Oh mein Gott. So. Da willst du jetzt als nächstes hin? Überlebst du das? Guck mal hier, ganz viel Licht. Licht. Da, Licht. Guck mal, Licht. Es ist gestorben. Scheiße. Auf ein neues. Ich weiß ungefähr, was ich zu tun habe. Machen wir erstmal Licht, damit du keine Angst haben musst. Oh, ich krieg das noch hin, ey. Wow. Ich hab gleich keine Pampe mehr. So, das sollte jetzt an Licht reichen. Komm mal hierher. Mr. Fluro. Nein. Warum hüpfst du denn wieder hoch, du? Ah. Was mache ich denn hier? Es ist zum Auswachsen. So, nochmal. Auf ein neues. Licht anmachen. Fluro erschaffen. So. Pampe darunter fließen lassen. Licht ausmachen. Und den Weg zur Pampe versperren. Was musst du da? Verdammt. Verdammt. Oh, verdammt. Ah, ja, ja. Nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen. Guck mal, da. Licht. Da ist Licht. Oh, verdammt. Jetzt bist du schon wieder kaputt gegangen. Okay, diese neuen Fluchos sind echte Pussys. Das können sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Nein, ich hab keinen grünen Schmodder mehr. Ich hab keinen grünen Schmodder mehr. Gänen, grünen Schmodder mehr. So, einmal nachfüllen. Huh, das ist... Das ist gar nicht mal so einfach jetzt inzwischen. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel noch so übelst anspruchsvoll wird. Oh, nein, nein. Ich will keinen Helfer, Floro. Hm, 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 hm. Also, Mister. Bewegen Sie sich erstmal hierhin. Da unten, da. Okay. Guck mal, da unten. Da willst du hin. Da, haha. Wäre cool, wenn du jetzt nicht kaputt gehen würdest. Da bist du auch kacke. Was soll denn das? Ah, Floro. Du verwirrst mich. So, Pampe. Ups. Äh, jetzt muss ich noch das Licht ausmachen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, und... Dann. Lauf. Jetzt. Bitte. Ja. Es geht. Es klappt. Oh, mein Gott. Was ein Krampfakt. Nein. Oh, verdammt. Nicht. Ah, nicht genug Licht. Shit. Guck mal hier. Licht, Licht. Fick. Der. Heiße. Hm. Das ist doch zum Außer-Haut-Fahren. Ist es dann. Ja, ist es denn die Possibility, die möglichkeit. Eigentlich will ich nicht mal, dass du da... So. Es muss jetzt schnell gehen. Nein, es muss jetzt schnell gehen. So, genug Pampe ist da. Weg zur Pampe versperrt. Und jetzt schnell das Licht ausmachen. Oh, nein. Die Pampe. Sie ärgert mich. Jetzt verschwindet sie auch schon wieder. Ah. Ich hoffe, mich zu ärgern, du dumme Pampe. Warum bist du denn jetzt schon wieder gestorben, du Mistviech? Oh, mein Gott. Ah. Warum? Bist du schon wieder verreckt? Oh, mein Gott. Oh, mein. Und ich habe schon wieder keine grüne Pampe. Jetzt lauf, Flucho. Lauf, bevor die Pampe weg ist. Lauf. Nein, die Pampe ist weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist zum Außer-Haut-Fahren. Ah. Pussis. Nein, nein, nicht sterben. Ich hätte das nicht da machen können. Hättest du überlebt. Och, ficken. 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 Ich mag die neuen Fluros. Die sind irgendwie voll die Pussis. Das haben die auch Angst im Dunkeln. Also wirklich. Erstmal einen Schluck. Irgendwas. Das beruhigt die Nerven. Ich habe jetzt diesen Ehrgeiz, dieses dämliche Rätsel zu lösen. So. Also. Licht aus. Pampe go. Ich habe eine andere Idee. Ich habe da gerade eine andere Idee. Und zwar erschaffe ich jetzt einen verdammten Flurow. Und der läuft da verdammt nochmal hin, wo ich ihn hinhaben will. Lauf, lauf, lauf. Bitte schneller. Und dann mache ich das Licht an. Dann habe ich Zeit. Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Zeit, das aufzumachen. Zeit, darunter zu spritzen. Zeit, das wieder zuzumachen. Und Zeit, das Licht auszumachen. So, je mehr, desto besser. Und jetzt ganz fix das Licht auszumachen. Bitte, lauf. Lauf. Ich drücke gerade wirklich die Daumen. Lauf. Oh, verdammt. Fluro. Lauf doch. Lauf doch einfach nur. Mh. Oder. Oder wir machen das anders. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Oder wir machen das so. Vielleicht läufst du ja wenigstens in die Richtung. Ich hoffe mal. Nein, tust du nicht. Subi. Subi. Und wie bekomme ich dich jetzt darüber? Ganz ernsthaft. Wie bekomme ich dich jetzt darüber? Das Ding ist, ich habe auch keine grüne Pumpe mehr. Ich habe echt keine Ahnung. Es ist, es ist gestorben. Es ist gestorben. Ähm. Ich kriege dich bis darunter und dann kriege ich dich nicht weiter. Das ist ziemlich frustrierend. Äh. Schaffe ich das mit anderen Fluros? Schaffe ich das mit anderen Fluros? Das schaffe ich nicht mit anderen Fluros. Da wird es mir auch nichts bringen, den Samen davon zu haben. Dann. Wie mache ich das denn? Verwirrter Stampus ist verwirrt. Wie bekomme ich dich darüber, mein Freund? Wie bekomme ich dich darüber? Ich habe noch eine zweite Idee. Ich habe noch eine zweite Idee. Ich habe noch eine zweite Idee. Und zwar werde ich jetzt... ...erst mal den Fluro wieder da runter buxieren. Das klappt ja so ganz gut. So, jetzt bekomme ich dich auch gleich da runter. Upsa-la-la-la. So. Ich könnte auch was komplett anderes... Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Also, ich werde jetzt eine Trinker-Applikation darunter feuern. Und zwar mit dieser Düse, die ich da habe. So, Trinker-Applikation. Und du bleibst da hoffentlich länger stehen. Ja. Oh Gott, ich bin ein verficktes Genie. Ich bin ein verficktes Genie. So. Machen wir das nochmal dicht. Jetzt machen wir das Licht aus. Du läufst... Was zur Hölle? Läufst darunter zur Trinker-Applikation. Und die Trinker-Applikation läuft hier hin. Yes! Und du folgst der Trinker-Applikation. Yes! Es hat funktioniert. Oh mein Gott. Ich bin ein verdammtes Genie. Praise the Stampus. Praise the motherfucking Stampus. Ah! Genius. Genius-Sondergleichen. Hm. 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 Ich hab keine Ahnung, wie ich das Ding jetzt wieder... Hm. Wie krieg ich dich denn jetzt wieder zum Laufen? Hm. Äh... Äh... Ja? Äh... Das ist... Hänge ich fest? Nein, ich hänge nicht fest. Gut. Ja! Man muss ihm nur einen Schwung geben. Okay, wunderschön. Puh, das war anstrengend. Wow. Und das ist ziemlich tödlich. Ah, töte mich nicht! Oh, fuck! Oh, my holy... Oh, ich hab eine von fünf Maschinen geschafft und ich bin jetzt schon... Ich bin geschafft, Leute. Wir sehen uns an diesem Punkt beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Vessel. Bis dahin. Tschö, tschö. Oho, ich kann nicht mehr. Was ist das Ne pas Ende. Ahh. Tschö, tschö. Ich bin jetzt die Karte.